So, jetzt sind wir wieder da. Jetzt haben wir noch schnell Pause gemacht, schnell mit Bockwurst und Kaffee gegessen. War gut, war lecker. Wollt ihr mal schauen, dass wir da auf die Türen kommen? So, dann fahren wir weiter. Die Zeit setzt uns im Nacken, wie immer. Schau mal, was kommt, sieht gut aus. Ja, das geht. Oh, was du los? Ja. Ich bin nicht froh, wenn ich die Türen umhabe. Ich würde so gerne einen eigenen Auflieger haben, aber dieses Auflieger wechseln ist so problematisch hier. Na, dich da vorne, ja. Abstand, ja. Halber nach oben. Zipfel. Ja, eigener Auflieger, weil du weißt nie, was los ist mit dem Gewechsel hier. Und dann ist mal, du weißt nicht, ob die ganzen Lichter funktionieren oder mit den Bremsen alles in Ordnung ist. Vor der Ladungssicherung mal ganz geschweig nachholen. Es ist nicht, was los ist. Kannst nicht reingucken. Einige Trelle sind teilweise verploppt. Es kommt um die W procedur. Ah, gut gut, gut gut. Was ist dann losывает die? Alles Kump, Kump, Kump Kump, Kump, Kump Was ist denn los hier? Radiohörs sind nichts anderes mehr wegen hier Krise und, oh, nee, Flüchtlingskrise und das Krise und hier Krise und dort Krise, oh, ich habe auch Krise, spätestens Sand, wenn ich hier früh aufs Klo muss. Ja, Krise. Der Morgenschiss ist ganz gewiss, wenn er erst am Abend ist, da habe ich mal eine Krise. Ja, aber abgesehen davon, wir müssen denen schon helfen, so ist es ja nicht, wir müssen den Leuten helfen, also die wirklich Hilfe brauchen, müssen wir mal dazu sagen. Es gibt auch Leute, die brauchen keine Hilfe, weil die kommen nur, weil es bei uns Asche gibt, Schmatte, Kohle, Bares, Cash, ist nichts zu tun. Aber es gibt Leute, die brauchen wirklich Hilfe, so ist es ja nicht. Und da bewundere ich die Leute, die wirklich hier tausend Kilometer zu Fuß laufen, mit Badeschlappen und so. Ja, wenn ich mal vergleiche, wenn ich nachts irgendwo im Parkland stehe und dann bloß vorlaufen muss, 100 Meter zur Waschbude, wo ich mich dann duschen kann, mit Zähnen putzen muss ich was. Und bei mir in der Metro, wenn ich da 100 Meter laufen musste, geht mir das schon auf den Sack. Aber die laufen Kilometer weit, also. Top. Muss man schon mal sagen. Aber wir schaffen das. Die Merkel sagt, wir schaffen das. Wir packen das. Hey. So, was ist los jetzt, Leute? Ich muss jetzt hier... Ich komme auch jetzt auf so einen Knick hier. Los, 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 los. Mann, 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 Mann. Ich muss doch eh hier runter. Sie ist übrigens selbst geworden, ne? Kann man sie, ne? Hier. Alles. So ein Brauntön hier. Ich hasse den Jermst. Herbst ist scheiße. Ebel, Wolken, Regen, alles. Ich mag das nicht. Ich bin kein Jermstfan. Nein. Es ist übrigens mal nachgesagt worden, worum ich eigentlich Hochdeutsch spreche, weil ich komme ja hier aus Bayern, ursprünglich. Ähm, weil mich sonst wahrscheinlich keiner verstehen würde. Also ich kann schon ein wenig schmerzen. Aber ich weiß nicht, ob das alle verstecken. Das ist kein ganz schön Schwäbien. Deshalb würde ich sagen, dass man das einfach macht. Und dann schmerzen. Ich habe es nochSON mit den Jahren in Deutschland. Und dann ist es noch ein bisschen lausend. Und dann habe ich es noch mal gesagt. Ich habe dann auch jetzt schon Zeit über den Bund dazwischen hier. Wenn du es auch noch mal auf der Bund dazwischen woher gehen kannst, wird das halt auch immer wieder in Deutschland. Ich habe dann mit diesem pickles dann, wo man es ist. Ich weiß nicht, wie du es in Deutschland und sowieso man es auch in Deutschland spricht. Aber wenn ich im tiefsten Osten fahre, im tiefsten Orden, kommt immer ein Bayerisch an, dann wird es schwierig. Oh mann, 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 mann. Kaum guten Berg bleibe ich kleben hier. Geht nichts mehr. Guck dir das auf. Ich krieg die Weise. Meine Schichtzeit ist übrigens bald voll. Sollen wir noch mal schlafen? Gucken, irgendwann einen anständigen Parkplatz finden. Vielleicht mit Dusche wäre natürlich nicht schlecht. Wenn man ein richtig schönes Abend ist, wäre natürlich auch nicht schlecht. Klar, die Wurst war jetzt gut. Ganz wild brauchen wir nicht reden. Der richtige Raststättenbuckwurst ist immer lecker. Das ist immer gut. Auch immer so richtiges Schnitzel. Oder hier. Das wäre auch mal wieder nicht. Aber eigentlich verkehrt. Das wäre schon noch ganz schönes. Ach, nee, 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 nee. Ach, was ist denn los? Du würdest hier nicht einstellen, das sind Meise. Dachte ich mir gerade. Ich muss übrigens nach Calais, wer es noch nicht weiß. Wir hängen ja gerade irgendwo nach, wo sind wir eigentlich hier? Ich stehe jetzt mal auf der A5, wo bin ich dann Frankfurt? Wir müssen jetzt irgendwo bald hinkommen, schätze ich mal. Schauen wir, was sagt eine Karte? Mannheim. Mannheim, ah, okay, okay, okay. Ja, jetzt schauen wir mal, dass wir mal noch Plätze finden, dass wir da unten schlafen können. Tja, wir können uns bremsen. Erster Kuchen, dann eine Krühe. Ich habe schon noch eine Strecke vor mir, so ist es nicht... Ich schätze mal, dass es sicherlich bald wieder das Bahnhoft, wo mir auf den Sack geht. Bis du bleibst, was machst du? Ich stehe ständig unter Kontrolle. Naja. So, davon kommt jetzt ein Parkplatz, da werden wir mal rausfahren. Da meine Schichtseite jetzt voll ist, da werden wir dann schlafen. Und nochmal vielleicht was essen. Was? Tankfüllung, das macht doch freude. Tankmusik auch, da du siehst, dann passt doch rein. Dann wollen wir hier nochmal tanken noch. Und dann... So, wo ich sie mache. Dann machen wir das doch. Dann sehen wir uns ausgeschlafen. Wieder. Also, bis dann. Jetzt mal… Barrera! ... Alumni. ... ... ... ău? ... Da. 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 Da-da. Vielen Dank.